So, und jetzt kommen wir zur Karte Nummer 4. Ich hatte auch mal Lust, ein bisschen den Grunge-Faktor rauszukehren und so ein bisschen, ja, Mixed-Mediamäßig unterwegs zu sein. Keine Ahnung, ist mein erstes Mal, dass ich das gemacht habe. Ja, und da musste ich ein bisschen ausprobieren. Ihr könnt ja mal gucken, ob es euch gefällt. Da haben wir dieses Mal nämlich hier eine Mumie, die sich aus irgendwie einer Buchseite herausgekämpft hat und entsprechend sagt es auch, then suddenly a strange thing happened und plötzlich ist etwas seltsames geschehen. Ja, da kam nämlich die Mumie und die hat im Hintergrund zwar noch ihr Kamel und so, weil die gehört ja nach Ägypten, aber irgendwie sehen wir hier auch Blut und Schleim und Sonstiges und die Mumie, sie kommt, die Mumie. Ja, da habe ich halt mal ein altes Buch verwurstet und entsprechend kann sich die Mumie aus dem Altertum hervorkämpfen. Bis dann!